Cooler Typ, Hubert von Meiering. Ja, ja. Ja, so ist das irgendwie gewesen. Das ist in der Gegend so gewesen. Ja, ja, Ruckacki. Da muss ich mal wieder hin. Für mich war das nicht besonder, Heinz. Wir sind da so oft hingegangen mit meinen Eltern. Mein Vater hat ja viel gearbeitet. Oft war ich ja mit meiner Mutter dann alleine. Und mit meiner Oma. Wir haben dann vieles gemacht, während Vater die Brötchen verdient hat. Mutter hat ja dann in späteren Jahren bei ihm im Büro gearbeitet. Ja. Und ich stehe jetzt auch auf. Wie ist die Gitti? Ja, ich muss jetzt aufstehen. Wie ich hier so wach werde, ist es ja früher auch sofort wach gewesen.